hallo wer sich erinnert wir hatten ja einen kurz konzentrieren was ist ja los ja wer sich erinnert wir hatten ja einen spiel stand wo ich eine gewisse anzahl grafischer probleme entdeckt hat was sage ich mal ich hatte schon wiederum hier oder ich hatte online geguckt und ich hatte nichts gesehen meine treiber sind aktuell meine grafikkarte sollte durchaus dafür ausreichen ich weiß jetzt nicht so ganz was ich gegen diesen glitsch machen kann dafür einfach mal dass er nicht noch mal auftritt die das sind dann auch sehr komisch aus irgendwie ja lass uns einfach mal fürs beste hoffen dann guck mal aber hier dieser glitsch ist weg ich habe das spiel wirklich übrigens exakt gerade gestartet gehabt ich bin da oben gespawnt ich hatte eigentlich hoffe ich würde wieder hier unten sparen ja strange strange was ist das hier eigentlich ist gut hier sehe ich es nicht schon wieder ein bisschen her ich kann mich ja irgendwie sort of langsame wilden langsame waffen 83 dps das war unser sturmgewehr was hat das erlegt er macht die image resist ok wie fixe ich mal zum bogen der bogen war lustig wird dort 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 auch und schon nein kommen nicht und darum ist noch was wirklich wirklich so wie konnte man den fall abrichten gar nicht mehr doch es war es jetzt Mir wurde auch gesagt, dass mein Mikrofon etwas sehr stark sensitiv ist, dass man die Tastendrücke und so hört. Das ist mir auch schon mal aufgefallen, aber ich dachte nicht so extrem. Ich habe vor mir, auf jeden Fall ein anderes Mikrofon zu holen und mir auch mal so ein Audio-Setup zu legen. Aber schon mit dem neuen Mikrofon sollte das besser werden. Ähm, dass man nicht mehr so... Also, Lettaste zum Beispiel. Ich drücke die jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob man das hört. Aber da wurde mir gesagt, dass man das sehr stark hört. Ich hätte das auch weglassen können, dass ich das drücke. Ich meine, ich bin ja gesprungen. Ja, hat ja jeder gesehen. Und schon böse Monster. Irgendwo muss es ja wohl noch welche geben. Und wieder so ein... Macht mir Sorge. Wenn hier Sachen rumglitschen jetzt. Shadowhills. Ach ja, ich habe ja auch einen Skillpunkt. Frage ist, was wir damit machen. Habe ich überhaupt etwas, was ich mit einem Skillpunkt machen möchte? Oder spare ich auf zwei gerade? Das ist vielleicht ganz nützlich. Ach, das ist ja auch eine Frage. Ja, ich habe das wirklich. Ach, das ist ja auch ein Skillpunkt. Ah, das ist ja auch ein Skillpunkt. Das ist ja auch ein Skillpunkt. Ah, das ist ja auch ein Skillpunkt. wauw 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 Holy! Das war mies. Ta 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 Oh, guck mal, das ist ein Böckchen getrockt Wow Was haben wir hier? Hallo Kannst du mir das mal anzeigen? 91 DPS Das ist ja ganz schlecht Twindown Oh, meine Venglopedia May the poetic curve of these Middle Eastern blades inspire you to ever greater display of ballatic bloodletting Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Mhm, 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 mhm Mhm, 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 mhm Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, god Ich lasse diese Fücher Oh, auf meiner Left Ich lasse diese Fücher Oh, wow Ich lasse diese Fücher Oh, oh, oh Okay, ich hatte gedacht, hier ist wieder so ein Mega-Gegner, der geschützt wird. Jede Menge Trugen. Genau das Richtige für mich. Hier noch eine. Hier noch eine. Und da noch eine. Die Firma dunkt. Hier oben noch. Willkommen. Wäää. ein alt war oder so nach hier oben nicht gespawnten das mache schnell weg aus glitsch cd so die schlüssel der stadt oh nein ich habe das gefühl sind wieder diese explodierenden fiecher ich wusste es aber das auch mal klargestellt hier was haben wir denn hier drin muss doch irgendwas sein ich habe das gefühl hier war es ganz große überraschung auf uns hinter mir wenn wir uns mal den safepoint sicher sicher ein oh uh looks like someone's been through here before us wow they really did a number on this place news gonna loop at least we got this diary consolation prize for the old man guess you're not getting your sword back after all I'm getting it back but the instructions were stolen all I have to do is steal them back how can we find you took them well we can start by tracking down whoever put these tags up smart try to keep my intelligent moments to once per year get ready for tsunami of stupid wasn't it takes again territory now good I see I see I'm afraid there's not much left of your grandfather's library it is unfortunate that's it you lose a trove of priceless irreplaceable documents and it's unfortunate who can say what is good luck and what is bad I try to remain unattached to any single outcome Wow I bet you're fun in Vegas anyway there was a particular piece of graffiti all over the place I think it might be connected to I will let my students do some thinking I thought you won't attach to any one outcome my fist will be attached to your face in a moment if you continue being important it understood let me know if you find any leads sir the world was ist denn das eine nähe kann was my pupil has gone missing I hope you can help me find him any luck finding the looters one of my students contacted me briefly to say he was onto something but we were cut off and he hasn't checked in since I'm afraid not I would appreciate it if you could try to find him he said he was on a rooftop overlooking in the marketplace yeah hmm hmm oh das sieht ja geil aus ja ich denke das können wir machen na no na gut so ich wollte nochmal ihm gucken ob ich spar mir den skillpunkt jetzt übrigens mal und was schönes mit zwei punkten anfangen dann haben wir hier wieder was ne naja für mich hm hm hi larry oh gott ich muss nie sind tut mir leid oh 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 meine Güte uh es ist ja sogar ein schnapper komm jetzt können wir uns ach so was haben wir hier so was haben wir hier okay hm hm Auch mal auch. So. Ähm, ja. Warte mal. War das Store hier schon immer offen? Echt jetzt? Nee. Nee. Jo. Au. 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 Holy shit. Talk about chain reaction. Oh, warte mal. Hier ist ein Fortune Cookie irgendwo. Äh, wo haben wir dich? Ach doch. So. Believe is the death of intelligence. Robert Anton Wilson. Keine Ahnung wer der Jude ist. Ich mach mich hier eigentlich hoch. Ah. Mop, 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 mop. Nice. Warte. Hier wurde ich irgendwie geblockt. Ja, lass mal. Ja, ich wollte die Nailgun mal eben ausprobieren. Ähm. Irgendwie hat mich die Dings hier nicht so geflasht. Geflasht. Ähm. 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 Ich mein, ich kann ja mal ein bisschen damit rumspielen, ne. So was hab ich denn für Quests gerade offen hier. Den Ninja Scroll. So. Okay. Okay. Notizen finden irgendwie. Ich mach erstmal hier. Das. Dieses Force Slash hat sich interessant an. Wir sind Skill, den wir bekommen dafür. Wenn RawIR zu Tut dressieren. Man denkt mal natürlich wieder. Der war die Winter. Oh. O muss ich denn dann mal Lam Ostrasven? Sieht hier ganz nett aus, hier. So, hier ist ein Kiepner. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Meine Güte. Das ist echt nicht. Also da muss ich ja sagen, ist mir mein Sturmgewehr lieber. Noch lieber natürlich noch Kampfwaffen. Was ist denn hier? Das hört sich nicht gut an. Das hört sich echt nicht gut an. Oh. 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 Das ist eine Etage höher. Hier ist irgendein Jude drin. Ach ja, ich sollte jemanden retten. Oh. 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 Muss das sein. Können wir uns nicht irgendwie einigen. irgendwie ist das keine wand durch die ich durchbrechen kann hier die aber nicht hier oft dadurch aber ich bin hier drauf springen ich bin mal gespannt was für ein gegner wieder so ein toxic findet er nicht toxic aber so eine phonetics schiebt schon hier wahrscheinlich holly molly der brennt so natürlich ich hatte euch fieche die deffen immer so viel finde ich drei auf einen streich wird ich mal behaupten ich muss irgendwie runter ich glaube hier geht es runter dann das war ja wie sie jetzt muss ich noch so ein talon weite ach so der regeneriert sich schön da ging es nicht weiter so was haben wir hier ein skill von killer instinkt wenn one is on the verge of death ok ich kurz vorm abkratzen bin dann mach ich wohl mehr damage oder so also ich will eigentlich nicht kurz vorm abkratzen sein aber ansonsten hört sich das ganz gut an die ja ab es ähm 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 okay so hier waren wir hier hoch ah okay 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 damit hatte ich ähm hallo wow ich kann sagen dass wir noch eines der kleinen die ist ja schnell und ein und ein ähm 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 und